willkommen leute zu clash of clans die sechste folge die zweite folge die ich hintereinander aufnehme naja ok es sind sind knapp fünf stunden jetzt vergangen ich habe die elixir sammler verbessert die sind auch schon verbessert die folge wird nur etwa zehn minuten lang gehen aber die letzte war da fällt schon 20 minuten lang liegt daran dass es schon etwas spät ist und ich nicht so viel zeit habe deshalb ja ich wollte eigentlich nur die clanburg den clan eröffnen deshalb müssen jetzt noch ein bisschen gold sammeln brauchen 10.000 etwa seit ich sag mir 9000 ja wir wurden angegriffen hat nur 40 prozent bekommen und wir können nicht vergelten hier ron ron der hat einen vergeltungsangriff gemacht deshalb können wir nicht mehr angreifen ja ok ich versuche noch mal koboldstadt diesmal die riesen auf einen haufen und die bogeys gleich hinterher weil es gibt hier keinen minenwerfer da bringt das viel die bogeys alle auf einen haufen zu setzen und dadurch bekommen wir auch wahrscheinlicher gold mehr gold auf jeden fall bekommen wir mehr gold wir kriegen mindestens zwei sterne würde ich mal denken oh und da waren es nur noch irgendwie zehn bogeys 20 sind schon tot und kommt schon greift alles rad aus an damit ich wenigstens ein stern noch bekomme es fehlen noch 5000 4000 2000 fehlen noch komm schon komm schon komm schon ja ok egal ob die bogeys jetzt alle weg sterben oder nicht wir haben es auf jeden fall geschafft die bekommen alle die lager ja gut das ist mal was gutes ok ja ok wir kriegen nicht mehr nur noch diese eine hütte da ist ok ich meine knapp 70 prozent ist schon ok schon ok so ja 66 ist ok so wir haben genug gold wir haben alles gold bekommen erstmal erstmal ich habe es immer noch nicht gelernt dass ich keine schnellausbildung machen kann so klären gründen warte mal klären beitreten ich such mal kurz weil ich mir da nicht so sicher bin weil ich mir da nicht so sicher bin suchen nein ok es ist der einzige klären so mr simulation ähm gibt es das im blau irgendwo komm schon das wäre auch ok das würde ich auch vielleicht nehmen oder das und die goldmine wurden gerade verbessert das sieht auch gut aus ich glaube ich nehme ich glaube ich nehme das da kann man nicht irgendwie die farbe ändern ich fürchte nein oder wenn ich es andersrum mache blau und dann orange oder gelb ähm ah das sieht gut aus wenn es nichts anderes gibt dann nehme ich auf jeden Fall das ja ok ich nehme das ok ok speichern ist zwar nicht ganz mein Logo aber ok äh Beschreibung lasse ich erstmal weg ich will euch da nicht quälen nur auf Einladung ähm es gibt nämlich einen speziellen Code der lautet nämlich Hashtag MrSim nicht MrSimulation weil sonst wäre es ja zu auffällig ähm benötigte Trophäen 0 Kriegshäufigkeit würde ich sagen einmal pro Woche immer am Wochenende dann wenn ich auch aufnehme Planregion soll ich international nehmen oder Deutsch ja lieber Deutsch weil dann ähm ich habe wirklich nichts gegen Ausländer ja aber wenn die dann zum Beispiel Ägyptisch schreiben und ich kann kein Ägyptisch das weiß ich dann wäre es ein bisschen doof äh Germany da öffentlicher Kriegslog log freundschaftliche Kriege ja ähm ok ich will dass es entspannt ist gesprächig freundlich ja ok ja anfängerfreundlich ich bin ja auch also mit diesem Account ein Anfänger so Basisdesigner Freundschaftskriege Kleinkriege Kleinkriege Kriegskrieger ja ist ok die Beschreibung mache ich dann vielleicht nächste Woche müsst ihr ja nicht sehen und kaufen denn gesamtes Gold ist weg so Leute ab sofort könnt ihr in den Clan Hashtag Mr. Sim als Passwort ok dann ähm ja ist eigentlich schon die Folge vorbei ich glaube ich mache noch einen Angriff ähm ja M für Mienenwerfer ich guck mal kurz ich guck erstmal nur kurz ähm ich glaube dazu brauche ich noch andere Truppen zum Beispiel den Mauerbrecher den wir bekommen wenn wir das hier upgraden ähm ja ok ich upgrade es sogar das hier einmal und äh das hier noch einmal so klären Regeln ja ich ich bin da schon ganz 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 nett denke ich mal ok wir haben einen Clan gemacht ihr könnt alle rein mit Mr. Sim als Passwort oder Hashtag Mr. Sim ähm ja dann sehen wir uns dann glaube ich in der nächsten Folge wieder mit einigen Anfragen ja Moment wie mache ich das ich nehme immer am Wochenende auf ähm schickt die Anfragen am besten Freitag Freitagnachmittag oder Samstagmorgen weil da bin ich quasi in der Vorbereitung der Folgen und dann kann ich euch dann gleich reinlassen ja das ist das ist okay ähm ähm ja gut das war's dann mit der Folge ähm bisschen kürzer aber dafür halt ein klein ähm ja ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr mehr wollt lasst ein Like da und ein Abo um nichts mehr zu verpassen wenn ihr rein wollt mit Hashtag Mr. Sim kommt ihr da rein und bis zum nächsten Mal tschüss mit med mit dem mit dem das die 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 ich habe Outro